Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs, wobei Stadtgespräch ist heute nicht ganz richtig. Wir sind in Klein-Bottwahr auf der Burg Schaubeck mit einem blaublütigen Gast, Felix Graf Adelmann. Felix, ich mache es trotzdem einfach. Grüß dich. Grüß dich auch. Schön, dass ihr hier seid. Ja, du wirst es schon oft genug gehört haben, Felix Graf Adelmann. Ich frage trotzdem noch mal nach, wie ist denn die richtige Ansprache, wenn ich dich nicht nutzen dürfte? Das ist im Prinzip eine gespaltene Antwort. Also gesellschaftlich korrekt wäre Graf Adelmann, aber wir können mit Herrn Adelmann genauso gut leben. Mit Felix kannst du aber auch leben. Aber am allerbesten. Felix, als ich hierher gefahren bin, Burg Schaubeck, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Ausstellungsstück oder einfach eine Ruine. Ihr lebt wirklich hier. Du habt eine WG quasi, dein Vater unter dir, ganz oben. Wie ist es so, auf einer Burg zu leben? Wahrscheinlich die Frage wirst du auch schon aufgehört haben. Ja, kann ich auch immer einfach so beantworten. Im ersten Moment ist es jetzt nicht so unterschiedlich. Ich habe ja auch viele Zeiten in meinem Leben in einer anderthalb Zimmerwohnung verbracht. Und klar, zu sagen, es wäre das Gleiche, ist Quatsch. Aber im täglichen, ich glaube, ist es bei dir und bei mir das Gleiche. Wenn man nicht arbeitet und nicht schläft, ist man in der Küche. Und das ist in der Burg ähnlich, außer dass es hier wirklich Teile gibt, zum Beispiel jetzt im Winter, die ungeheizt sind. Die Flure sind ungeheizt. Das heißt, wenn man mal eben vom Bad in die Küche huschen will, dann geht es nicht ohne Bademantel und ein paar warme Schlappolettis. Aber ich habe schon Schwierigkeiten, meine kleinen Wohnungen sauber zu halten. Wie schaut es denn aus? Du hast, glaube ich, 300 Quadratmeter hier auf deinem Stockwerk. Hast du dann fünf Bedienstete, die jeden Tag so ein bisschen wischen hinter dir? Nee, gar nicht. Ist viel einfacher. Bei 300 Quadratmeter kannst du viel länger Unordnung machen, bis es wirklich auffällt. Aber im Ernst natürlich gibt es aufgrund auch des Zeitmanagements, sage ich mal, hier so viel zu tun, dass ich jetzt nicht an meinem einen freien Abend im Monat hier noch durchwische. Logisch habe ich hier auch jemanden, der mit der Reinigung hilft. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem, was hier alles in die Heizung geht, ist das noch mein kleinstes finanzielles Problem, seine Hilfe zu haben. Ich denke, der Vorteil an so einem Burgleben wird sein, wenn man mal irgendwo so in jungen Jahren vielleicht eine Frau angesprochen hat, komm, ich zeig dir mal meine Burg. Nachteil wird sein, von hier wegzukommen, um die Frauen kennenzulernen. Genau in dem Alter war ich leider raus hier und war in Frankfurt und in Hamburg. Aber ganz ehrlich, mag jetzt ein bisschen hochgestochen klingen, aber das sind Dinge, egal ob jetzt Burg oder ich würde mir auch nie ein Auto kaufen, um irgendwelche Mädels aufzuweisen, weil wer auf sowas anspringt, ist so nicht mein Fall von Mensch, dass ich da, so Blödes klingt, da wäre ich zu stolz gewesen. Also nicht, dass ich nie ernsthaftes Interesse an Frauen gehabt hätte oder habe, aber mit so einer Nummer, ehrlich, nee. Felix, du hast trotzdem irgendwann mal auch so den Weg in die weite Welt, sag ich jetzt mal, gesucht. Du hast dann studiert in Hamburg, in Madrid, in London, aber jetzt nichts, was jetzt eigentlich zum Weinbau hier passt. Du bist so ein bisschen in die Marketing-BWL-Richtung gegangen. Wolltest du einfach mal von hier weg, um mal so ein bisschen Hörner abstoßen oder weite Welt kennenlernen? Genau, also auf jeden Fall. Die Welt kennenlernen ist sowieso ein Ziel, finde ich, dass in jedem Leben so weit ausgelebt werden sollte, wie es geht. Und für mich war früh klar, dass ich hier übernehme. Also das habe ich auch, ich sage immer, das habe ich früher beschlossen, als ich wirklich wusste, dass ich es will. Wenn du weißt, was ich meine, also man wächst ja da so rein und sagt, ja, das will ich. Aber es war im Endeffekt sogar essenziell, rauszugehen und auch anderes zu machen, um wirklich zu lernen, wie sehr man es will. Also wenn man einfach nur, ich sage mal, mit 18 die Ausbildung abgeschlossen hat, dann noch kurz Önologie studiert und dann mit 23 bei Papa anfängt, das ist nicht unbedingt gesund für einen als Person, aber auch für den Betrieb, weil je mehr du rausgehst und von der Welt siehst, in Weingütern, aber auch vom Leben, ich glaube, desto mehr kannst du später deine eigenen Ideen umsetzen. Trotzdem, 2012 hast du es übernommen dann, Anfang 2012, hast aber vorher noch so ein paar andere Hobbys gehabt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Du bist neben Winzer auch Musiker, Polaroid-Künstler, was mir mal interessieren würde, was das sein soll, Rennfahrer und Chili-Züchter. Ja, klingt jetzt noch ein bisschen hochgegriffener, als es wirklich ist, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, ich habe ganz viele Leidenschaften, wofür ich übrigens extrem dankbar bin, weil da besteht ja auch ein Stück weit das Leben draus, dass man Dinge macht und hat, die einem Freude bereiten. Neben der Arbeit, also hier ist natürlich auch der Beruf die Leidenschaft, keine Frage, aber es sind doch die Kleinigkeiten, die Spaß machen. Das fängt an bei, ich weiß nicht, ich heize meine Küche mit Holz. Ich finde es supergeil, diesen Holzofen anzumachen. Andere würden sagen, ach man, ich will da einfach rein und jetzt sind es hier 12 Grad. Ne, macht mir Spaß. Und Chili, ja, das ist natürlich auch irgendwo Landwirtschaft und Freude am Wachsensehen und am Ernten. Also, das ist noch nicht mal Schwäbisch, weil so teuer kannst du keine Chilis kaufen. Du musst da täglich hoch und gießen und machen und tun. Rennfahrer, ja, also ich habe, wie viele in meiner Familie, total Benzin im Blut, aber ausschließlich für alte Autos. Schöner Stereotyp, ne? Der Graf auf der Burg mit der Oldtimer. Ferrari, Rolls Royce, Porsche. Ne, ganz früh die Freude am Fahren entdeckt. Und dann fahre ich auch gerne mal eben so historische Veranstaltungen auf dem Hockenheimring oder Nürburgring oder was es da alles gibt an den Oldtimer Grand Prix. Hast mir noch nicht den Polaroid-Aspekt erläutert. Ich kenne es ja. In meiner Kindheit ist es ja gekommen mit Polaroid-Fotos, aber da hast du immer nur den schnellen Schuss gemacht, dass du halt ein Bild hast, was sofort rauskam. Genau. Wie kann man Polaroid-Künstler sein? Ja, das musste ich mir selber drüber erstmal klar werden. Und zwar, ohne zu weit auszuhören, meine Mutter hat, als sie schwanger war, so eine alte SX-70 Club Polaroid-Kamera. Kennst du die noch? So die ersten Spiegelreflex Polaroids geschenkt bekommen, um Babyfotos zu machen. Hat sie auch gemacht, aber dann habe ich das schon so als kleiner Junge mal in die Finger gekriegt. Und kleine Jungs und Technik, habe das Ding immer gemocht. Und als ich dann irgendwann ausgezogen bin mit 18, habe ich die irgendwie mitgenommen und habe immer fotografiert. Damit hatte sie ein paar Jahre immer dabei. Die ist ja so geklappt, nur so groß, nicht so. Kannst du in einer großen Jackentasche haben. Und habe immer Fotos gemacht, aber nicht mit dem Anspruch, ich stehe das Kunst oder du kannst weg oder warum mache ich das. Das gehörte einfach dazu. Und im Wesentlichen wurde das dann irgendwann mal mir selbst erst bewusst und aufgeschlüsselt, als ich mit meinem auch heute besten Freund so enger in Kontakt kam, der ist Künstler, aber auch sonst ein recht heller Kopf und Unternehmer. Und da haben wir jetzt immer viel ausgetauscht und der hat die Dinger irgendwann gesehen und hat gesagt, du, das ist ja eigentlich ganz interessant, was du da machst. Und dann wurde einem erst mal selber klar, dass es vielleicht irgendeinen Wert haben könnte, jenseits dessen, dass man es für sich selber macht, weil es einen befriedigt. Felix, merk schon, du kannst über Kunst ewig sprechen. Aber wir wollen mal dann gleich noch überprüfen, wie viel Kunst denn bei dir in deinen Weinen steckt und welche Tipps du uns geben kannst, was der perfekte Wein zum perfekten Weihnachtsessen ist. Allerdings erst nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Burg Schaubeck mit Felix Graf Adelmann. Ich habe es vorhin schon angesprochen, 2012, Felix, hast das Weingut hier übernommen und ich habe ein Zitat von dir gelesen. Ich habe mehr Mut zum Kitsch als mein Vater. Heißt das, du bist experimentierfreudiger beim Wein? Da hast du ja wieder was rausgezogen, was ich so alles von mir gebe. Ja, ja, kann man nachlesen über Google. Also experimentierfreudig war mein Vater auch. Das macht auch diesen Betrieb aus. Das ist etwas, was er ganz groß auch in der deutschen Weinszene geprägt hat, die Experimentierfreudigkeit. Die habe ich auch übernommen und mache ich auch. Aber das mit dem mehr Mut zum Kitsch. Ich glaube, das war eher so gemeint, dass ich mich auch mal zu einem etwas gefälligeren Wein hinreißen lasse. Auch, sagen wir mal, gerade in der Basis. Es gibt bei uns immer so einen Spruch. Was heißt Spruch? Es gibt echt so ein Verfahren. Wenn wir zum Beispiel bei einem Riesling uns nicht sicher sind, lassen wir meinen Vater probieren. Und wenn der sagt, genau richtig, dann braucht er noch zwei Gramm Zucker. Nein, also er, ganz doof gesagt, ist eher so der französische, kantige Weintyp. Und ich will auch Weine mit Charakter, keine Frage. Aber ich kann es manchmal ein bisschen italienischer haben, wenn ich es so sagen darf. Ja, da du ja sehr für die Kunst auch brennst, bist du quasi ein bisschen künstlerischer bei der Weinherstellung als der Papa? Schwer zu beantworten, weil er hat schon wirklich da viele, auch damals sehr unorthodoxe Ideen bewegt. Und es ist eher schon schwierig, heute noch weitere abgefahrene Ideen zu entwickeln, was mir erfreulicherweise mit meinem Team auch gelungen ist und immer wieder gelingt. Aber es überhaupt nicht wäre er noch erfinderischer, glaube ich nicht. Ich glaube, jeder auf seine Weise für sich. Aber dennoch hat auch der Deutsche Wein, finde ich, in den letzten Jahren schon eine Entwicklung nach oben gemacht. Also früher war es immer so der Italiener, der Franzose, den man sich dann mal gerne geholt hat. Genau. Ist es nur eine Marketingstrategie oder ist es wirklich geschmackstechnisch auch besser geworden? Ne. Also doof gesagt, es war halt auch nicht so schwer für Deutschland in der Breite, sich qualitativ zu steigern. Klingt doof, ist aber so. Also wir hatten da im Gegensatz zu anderen klassischen Weinnationen noch viel aufzuholen. Und genau da hat ja mein Vater auch angesetzt. Der hat in den 80er Jahren gesagt, warte mal, die ganze Welt baut ihre Top-Rotweine in kleinen Holzfässern aus und wir nicht. Warum? Und da hat er so als einer von dreien, die damals so die ersten waren in Deutschland, angefangen, Weine in diesen Barrickfässern, also in kleinen Eichenfässern auszubauen. Heute, auch in Deutschland, total Standard, redet kein Mensch drüber, war aber eine Revolution für Deutschland. So, aber diese Themen, genauso wie die Cuvée später, neu, das ist Koi-Pancherei und es gibt mehr als Trollinger mit Lemberger, was man machen kann. Ne, also jeder Bordeaux ist eine Cuvée, Chateauneuf-du-Pape, im Schnitt 13 Rebsorten, das wissen häufig die Leute gar nicht. Die sagen, Cuvée trink ich nicht, ich trink bloß gern die. Aha. Ist leider auch keine Rebsorte. Ja, es hat sich eh viel gewandelt, also früher galt ja so immer die Regel zum Fleisch rot, zum Fisch weiß, jetzt war ich in Südafrika, da gab es zum Fisch plötzlich rot. Und deswegen wollten wir von dir auch mal so ein paar Tipps haben, wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht oder Weihnachten war ja schon. Was würdest du so für Weine empfehlen, so ganz zum Beispiel oder zur Ente? Ja, da würde ich, jetzt mal mit der Farbe begonnen, schon zu rot tendieren, weil das schon sehr, sagen wir mal, schwerere Gerichte sind, wo auch die Soße wahrscheinlich ziemlich viel Dichte mit sich bringt, zumindest wenn ich es mir so vorstelle. Und da bräuchte man, wenn man was Weißes hätte, was durchaus auch geht, schon was mit ein bisschen Druck. Also Weinbegleitung ist sowieso ein Riesenthema, könnte ich jetzt auch zehn Minuten draus machen, keine Sorge. Aber es muss ja passen, aber gar nicht so, dass ein schweres Gericht immer noch einen schwereren Wein braucht. Manchmal ist das Gegenteil auch richtig. Wenn du eine ganz schwere, weiß ich nicht, so eine Ente hast und gehst vielleicht auch mal beispielsweise mit einem Trollinger ran, ist jetzt ein gefährlicher Versuch, habe ich auch noch nicht probiert. Kann aber auch sein, dass der genau die Frische bringt, damit du nicht nach der vierten Gabel ganz schon einfach satt bist, weil du dir noch den dicken Bordeaux drauf gegossen hast. Aber wenn du mich fragen würdest, würde ich schon einen Rotwein nehmen, wenn es aus Deutschland wäre, dann so Richtung Lemberger oder Lemberger-lastige Cuvée, weil da hast du so diese Kirsche, diese rote Frucht, was meistens mit diesen dunklen Soßen einfach fantastisch sich ergänzt und dieses süßliche Fleisch, also ungefähr sowas. Ungefähr sowas. Felix, ich sehe schon, wir könnten, glaube ich, noch Stunden über Wein weitersprechen. Leider haben wir nicht so viel Zeit in der Sendung, deswegen würde ich sagen, wir stoßen an und trinken heute Ihnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir hoffen, Sie waren gut unterhalten in dieser Sendung und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei wären. Tschüss, machen Sie es gut. Musik 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 Musik